Einen wunderschönen guten Tag, lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dead Island 2. Wir müssen immer noch Michael finden und... Ich hier schon drin? Ne. Oder eventuell war ich trotzdem drin, aber... Jetzt hat es wieder zurückgesetzt, das kann natürlich auch sein. Das ist im Bargeld. Hier sind wieder hunderte von... Command. Fenstern offen. Geh mal hier rein. Nimm den Aufzug. Machen wir das doch. War ich hier nicht schon? Hier unten war ich schon. Genau, hier waren wir gestern. Genau, so. Mal hier so. Nichts. Ja, ach. Gott dem Himmel. Und wo kommen die denn jetzt alle? Na, kommt mal her. Mit euch. Zack. Easy. Hau ihn um. Na, hopp. Das hat nicht beide erledigt, okay. Jetzt aber. Ist denn noch mehr? So, weg mit deinen Scheißkörper teilen. Du auch. Danke. So, stirb. Hopp. Oh boy. Ähm. Was nehme ich für eine Waffe? Stärke 101. Ja, dann nehmen wir die Keule hier. Das ist okay. Der soll mal weggekommen. Schockgeher. Hoppala. Bitteschön. Oh boy. Ah, da guckt der da mal seinen Kiefer an. Ja. Zack. Junge, wie viele kommen denn da noch? Oh. Hoppala. So, hau da. Oh, der hat überlebt hier. Okay. So, jetzt sicher nicht mehr. Oh, shit. Noch so einer. Hopp, weg da. Du auch? Komm, explodier mal. Dann halt nicht. Ach, scheiße, ey. Geh mal weg jetzt hier. Hopp. Weg da. Alle. Du kannst von mir aus da deine Explosion machen. Yeah. Sehr gut. So, die... Aufführung ist zu Ende. Hopp. Sehr gut. Mal den hier. Wunderbar. Und... Zack. Ein Schlag noch. Hey, 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 hey. Weg da, hopp. Kannst du mal explodieren, bitte? Danke. Nimm mal den Baseballschläger. Komm. Na, auf, na... Ne, da ist kein Baseballschläger. So, jetzt ist aber Schluss hier, komm. Haben wir jetzt alle. So, Medikit. Wunderbar. Ja, das Ding hat wirklich seine Zeit genommen, ha? Ja, die Sachen nehme ich jetzt nicht mehr mit. Noch ein Medikit. Ähm, zeig mal her meinen Rucksack. Die Sachen kann man da jetzt hier nach oben packen. Hier noch ein bisschen was mitnehmen. Gut. Ja. Dann folgen wir mal dem Schleim. Irgendwas hässliches wird da auf uns warten. Hundertprozentig. Tausendprozentig sogar. Irgendwas richtig hässliches wird da kommen. Michael. Speedy little fecker, ist er, nicht? Whoa, whoa. Michael. Mikey. Gott. Was, was ihr hier macht? Was ihr macht? Hey, ich kam für... Oh, ich... Oh, Gott. Wir haben Probleme. Schau dir! Geh, schau dir. Ich habe nichts. Ich habe nichts. Ich habe nichts. Was das ist, wir müssen es töten. Cool. Bring es um. Sehr gerne. Alesis Hernandez. Okay. Spinnengifteffekt. Okay. Wasser. What? Ach so. Ja, aber... Wie töte ich das Ding denn? Wollen wir da rangehen? Kotzt ja mich voll hier. Verwundbar. Okay. Ja, dann hau drauf. Na komm. Ja, das ist super. Und noch ein bisschen. Ach shit. Machen wir den hier. Danke. Ja, Security. Super, wirklich. Pyrotechnik-Schalter. Okay. Wirf mal die Granate. Danke. Was haben wir hier noch? Hoppala. Ja, ich muss mich mal heilen. Danke. Mach's mal den hier. Okay. Nicht getroffen, oder was? Bist du in der Arztheke, oder was? Was ist hier los? So, jetzt verpisst euch doch alle mal. Na hopp. Danke. Und wo kommt der Regen schon wieder? Keine Ahnung. Fakt ist, ich betäub das Ding hier mal. Oh, sehr gut. Oh ja, es ist verwundbar. Wunderbar. Dann hau mal drauf das Zeug. Komm. Ein paar schöne kritische Treffer. Oh shit. Na komm. Oh shit, das war die Granate, ha. Gut. Machen wir hier noch ein bisschen das Gift. Sehr gut. Sag mal. Geh diesmal weg hier. Meine Fresse, du. Feuerteufelgeher. Okay. Oh shit. Was ist jetzt los? Keine Ahnung. Irgendwas ist, äh. Passiert. Ja, der kotzt einmal noch im Zeugs rum. Ist okay. Hoppala. Ja komm, hau mal drauf da. Danke. Und erledigt. Was zum Teufel ist jetzt los? Lass mich doch jetzt mal in Ruhe herkommen. Du blöder Hells Angel hier. Okay. Hier. Zack. Machen wir den. Und. Bam. Mach sie alle. Ja, wen? Nehmen wir das Zeug hier erstmal mit Proteinriegel. Sehr gut. Ungewöhnliche Nahkampf Liquidierer Mod. Okay. Energy Drink. Noch ein Energy Drink. Polizeiknüppel ist mal was anderes. Okay. Michael. Michael. Ich habe nie so viel Vomit in der Nachtclub Alleyway gesehen. Wie geht's dir? Ich bin gut. Es ist ein bisschen heiß. Mikey, ich werde es aus der Hüte, wenn das alles für Romero war. Emma ist Romero. Aber natürlich nicht. Schau, die Medikationen. Werden jemanden? Nein. Nein, noch nicht. Es ist nicht wie die Anwärmung ist nicht wert. Wir brauchen diese, du weißt. Also, keep us safe. Ich helfe. Ich bin sicher. Und du bist das. Ein guter Mann. Emma bedeutet dir viel zu dir. Sie hat mir mehr als ich verabschiede. Ich kann nicht sein, was sie braucht. Ich kann nicht sie schützen. Du kannst sie helfen. Wir können alle aus L.A. Aber sie wird nicht das Richtige tun, ohne deine Worte. Sie kann alles tun. Probe es. Geh zurück da und schau mal. Okay. Ja, okay. Hey, du bist da? Es ist Sam B. Sam, wie ist die Form? Heard du in den Hohen. Ich auch. Ich habe eine Lange auf ein paar Schäden. Oh, du weißt nur, was die Mädchen mag. Keine Worte. Komm, ich besuchen. Wir kommen dich erst mal. Ich kann dich nicht beobachten. Du musst nicht über das, okay? Ich werde dir alles gut. Ich werde dir das Schäden. Du bist sicher? Ja. Okay, dem PA persönlich assistiert. Level 10. Michael Anders und der Heilige Gral. Na super. Lass mal die Fähigkeiten angucken. Wo hier beim Schlechter ist was neu. Also ich hab aktuell Töte in rascher Folge Zombies um Ausdauer zurück zu gewinnen. Angriffe auf Zombies unter einem schädlichen Status-Effekt leiden. Erhalten einen moderaten Schadensboost. Schlag drauf wenn sie am Boden sind. Schlage einen Zombie nicht um einen moderaten Schadensboost. Für deine Distanzwaffen werfen wir... Ich bleibe bei dem den ich hab. Das ist okay. Haben wir hier ein neues Schlüssel. Noch ganz viele neue Sachen haben wir hier. Bei den Waffen haben wir auch was neues. Geh? Ja das ist die Frage. Proteinregel. Ja die brauche ich nicht mehr. Ah das haben wir hier. Eine Lagerkiste. Akt des Liquidierers. Ei ei ei. Das nehmen wir aber sowas von mit du. Das nehmen wir hier. Back to me day job. What's that sound? Hello? A radio? Um, breaker breaker. Neener neener. Over. Okay. It's clear you're alive. I have a friend who needs help. Any chance you could get to the Holborn Hotel? Like, soon? Depends on why, darlin'. I'm... Hold up. I'm Hannah. I'm hunkered down with my BCLA buddies in the rental we share in the Venice Canals, but I've lost contact with one of them. Rav, he's a med student. Statistically, he's dead. You know. You haven't seen the Bobcats in action. He's a survivor. And he's been making... unique weapons. He'll make it worth your while. And your suddenly bridge in the language barrier. Grant, I go for a jaunt to the helper and... schon wieder dahin, zurück. Stihl Waffen mit Zambi. Okay. Tja, dann machen wir das doch. Allerdings, Morgan, für heute ist Schluss. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen. Habt noch einen schönen Tag. Macht's gut, meine Lieben. Tschüss.